Wir sprechen hier von der Heimat der Duarte, das ist nicht rechtens. Wir sprechen von der Heimat, die sie selbst für Gold geld verkauft haben. Ich kann dir beinahe garantieren, dass die Gesellschaft mehr damit anzufangen wird. Ich könnte wirklich gemein sein. Gucken wir mal. Aber weißt du, ich könnte auch einfach vor dem Büro herumlungern und ein paar Sachen erzählen, wie die Gesellschaft so Geschäfte macht. Arg verstehe, Lukas blickt wadert durch den Raum und weicht deinen konsequent aus. Die Gesellschaft wird es begrüßen, wenn du diese Angelegenheit so diskret wie möglich behandeln könntest. Er räuspert sich und hält dir einen Beutel Münzen hin. Und jetzt geht mir aus den Augen. Ich habe wichtigere Dinge zu erliegen, als mich um das Schicksal einer unbedeutenden Insel zu kümmern. Offensichtlich... Tja, das weiß ich nicht, solange ich nicht den Vertrag gesehen habe. Lebe wohl. Ich wette, weder der Gouverneur noch die Direktorin können mir jetzt bei dem Problem helfen. Zurück von Kruksbörn, are we? Zurück von Kruksbörn, are we? Ich hoffe nicht, dass der ganze Lack von all den schönen Träumen Kastroels ab ist. Der Mann hat auch sonst nur so wenig. Auf was spielst du an? Nur, dass hier mehr auf dem Spiel steht, als bloß die Diana des alten Mannes. Du und die Gesellschaft, keiner von uns muss einen Traum hinterher jagen, der nie Wirklichkeit werden wird. Ich kam von nichts. Vielleicht wusste du das. Keine Familie, keine Prospekte. Vielleicht, wie ein Rekognisieren, nein? Vielleicht, gleich und gleich gesetzlich gern, nicht? Ich weiß, was es braucht, ein Zukunft von diesem Welt, für uns selbst. Ich weiß, was es bedeutet, sich in dieser Welt eine Zukunft aufzubauen, für uns selbst, für die Republiken. Leute wie Kastroel leben in einer Märchenwelt. Sie können nicht verstehen, warum wir anderen ihre großartigen Visionen nicht zu schätzen wissen. Er wahrrichtet ihren Blick in den Himmel und bewegt ihre Hand mit einem weiten Pogen bespielte Bewunderung im Gesicht. Die wohlhabendsten Leute in Eora dürsten nach Leuten im Adra wie vertrocknete Käfer. Wer ihnen das vor die Nase halten kann, hat Macht. Die einzige Art von Macht, die es für uns gibt. Und ich werde sie mir holen. Alvari lächelt und lässt ihre Zähne blitzen. Und die Frage, die du dir stellen musst, während du Kastroels Besorgen anlehnst, ist, wo du stehen wirst, wenn mein Moment gekommen ist. Okay. Willkommen zurück. Bitte, geh'n. Ja gut, das frage ich sie mal nicht. Aber ja. Hier steht gerade eine Wache und er ist hier. Okay. Das heißt, wir warten mal wieder bis 18 Uhr. Da ist kein Vertrag drin. Ist da einer drin? Gefälschter Vertrag. Dieser Vertrag benötigt eine Vereinbarung zwischen der Valianischen Handelsgesellschaft und dem Häuptling des benachbarten Dwarpe-Stammes. Er legt fest, auch wenn die Valianer Zugang zu einigen Mineralvorkommen erhalten haben, die Dwarpe weiterhin alle Rechte in ihr Land haben, bis der Repräsentant stirbt. Angegangen an das Papier ist jedoch eine Ergänzung, die den Dwarpe dieser Rechte auf eine bestimmte Zeit zuspricht. Das Siegel darauf scheint nicht ganz so scharf, wie auf dem ursprünglichen Dokument zu sein. Zacken wir das mal ein. Absolut. Und so wie es ja klingt, ist Luca gerade nebenan im Schenkel und besäuft sich. Hoffe ich jedenfalls mal, dass er da ist. Nebenbei hat sie noch was zu sagen. Ah ne, für sie muss ich ja immer noch einen jagen, okay. Ich glaube für den in der Wilden Meere habe ich nichts mehr. Weil sie ist ja die Kopfgeldverteilerin der Valianischen Handelsgesellschaft. Und es gibt ja ein paar solche Leute. Einige sind eher unabhängig, andere nicht ganz so. So. Da ist Luca. Und er war mein Anderhaft. Ja. Wenige Arbeit, mehr trinken bitte. Von Bonsai ist glasig verzaubert. Betrachte Luca dich mit trunkener halber Aufmerksamkeit. Mel, du schon wieder? Schau, Wolf. These are my quiet hours. Mel, da du schon wieder. Ziehlein. Ich will jetzt meine Ruhe haben. 12 Kupfer geben. Das ist irgendwie unglücklich gelaufen zwischen uns vorhin. Darf ich dir ein Getränk spendieren? Luca beobachten. Äh, geben wir ihm die 12 aus. Unglaublich großzügig, wenn du etwas von mir willst. Aber was soll's. Luca winkt der Bedingung, lässt sich ein weiteres Glas zukommen. Ihn bestellen, während er abgelenkt ist. Du kannst diesen Vertrag doch nicht ernsthaft für fair halten. Wer die Wilden die Grundsätze eine Übereinkunft für die Verstehenden, ist das ihr Problem. Luca nickt in Richtung seines Getränks und wischt den Rand des Bechers ab. Die Oahner mögen sich mit Verträgen nicht auskennen, aber sie wissen, wenn sie betrogen werden. Die Oahner haben ein gutes Gedächtnis. Durch ihr manipulatives Verhalten wird die Gesellschaft es langfristig mit ihnen verscherzt. Könntest du nicht einmal im entferntesten daran denken, das Richtige zu tun? Versichst dich doch mal in ihrer Lage. Würdest du je wieder mit der Gesellschaft Geschäfte machen? Nehmen wir mal die zwei. Da ist ja gut, dass wir nur so lange hier sind, wie der Adra fließt. Sobald der Adra verbraucht ist, können die Stämme haben, was auch immer von ihren Inseln noch übrig ist. Wärst du hoffen, eine profitablere Übereinkunft zu treffen? Profitabler als eine Insel, die vor Leuchten im Adra nur so überquillt. Luca lehnt sich zurück und zieht dich skeptisch an. Lass mich in aller zwischen uns nicht vorhandenen Freundschaft sagen, dass es da keinerlei Spielraum für Punkt und Promisse gibt. Er rübst in seinen Ärmel. Niemand in der Republik würde es dir vorhalten, wenn du nebenbei etwas Profit machen würdest. Ich schätze auch, von deinen Arbeitgebern wird sich niemand davon überzeugen lassen, gegen einen angemessenen Preis darüber zu verhandeln. Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Lass den Vertrag verschwinden. Das führt zu nichts. Ich gehe. Nehme ich mal die zwei. Im Gegenteil. Luca runzelt die Stirn. Mit einer beschissenen Geste deutet er auf dein Angebot wartend. Dass er auf dein Angebot wartet. 300 Kupfer. Letztes Angebot. Perfetto, die Sache ist abgehakt. Luca nimm deine Münzen und zeig zum Abschied mit dem gekrümmten Finger zur Tür. Ja, gut. Ich hoffe mal, das hilft was und bringt was und so. Weil ich habe mir die Quest nicht durchgelesen, ob ich irgendwas falsch machen kann, dass ich ihn nicht anheuere. Auch wenn er ein Arschloch ist eigentlich. Aber vielleicht macht er dadurch einen guten Bootsmann her. Mit seinem Charakter. Der Bootsmann ist so, wie weit ich gelesen habe. Wer bist du? Schöner Tag heute, nicht wahr? Ikira, du kommst zurück. Was sagst du, Freund? Tivano berührt seine Stirn und grüßt. Luca ist zur Vernunft gekommen. Die Dwarpe werden ihre Hinsen behalten. Ikira, ich kann es nicht glauben. Endlich bin ich nach unserem langen Kummer. Er lächelt breit und Taveno klopft dir ermutigend auf die Schulter. Mein Dorf ist bescheiden, aber ich bin vorbereitet. Ich habe eine intelligente Stelle zum Tausch aufgespart. Sie gehören rechtmäßig dir. Äh. Ja, keine Gebühr. Du bist der Dwarpe ein Freund. Wir vergessen. Wir vergessen nicht. Pflichtbewusst durch Alof. Aha. Tivano der Echel streckt seine Schulter mit der Leichtigkeit eines Menschen, der auf einmal größer dasteht. So. Wir haben das abgeschlossen. Ich konnte mich mit dem Angestellten einigen. Tivano war überglücklicher, als er hervor hat, dass die Ländereien seiner Stamme sicher sind. Was ist jetzt mit dir eigentlich? Ich habe mir gerade einen Weg überlegt, mit dem ich dem kleinen Stammesangehörigen helfen, gleichzeitig der Valianischen Händelsgesellschaft schaden kann. Aber du bist mit so viel vorgekommen. Du wirst immer wertvoller. Nicht, dass die Gesellschaft damit hilft, aber man bräuchte sich selbst von ihnen zu zerstören. Sie lächeln. Ich schätze mal, dass du meine beste Freundin sein willst und wir gemeinsam eine Menge Gutes in der Region tun können. Neh ich da richtig? Ich nehme mal an, dass du für die Konkurrenz arbeitest. Nehme ich dir eins. Scharf sich. Scharf sich, das gefällt mir. Nachdem man dich vorbereitet und in die richtige Richtung gewiesen hat, wirst du bestimmt gute Arbeit leisten. Weißt du vor, hast die Juana insgesamt zu unterstützen, statt ein mickriges Dorf nach dem anderen zu retten, ist ein kaiserliches Kommando in der Messing-Zitanele nicht der schlechteste Anfang. Ich hoffe, du kommst uns einmal besuchen. Ja. Und der hat nichts zu sagen. Wir müssen warten, bis wieder offen ist. Also warten wir wieder 16 Stunden. So, mal sehen, ob wir diesen Luca jetzt anheuern können. Weil eigentlich dadurch, dass er betrunken, das Geld angenommen hat. Wir haben eine ganze... Du kannst vor Glück sagen, wenn ich dich nicht zurück in die Republik schicke. Ja. Du! Ich hoffe, du bist mit dir gefühlt. Because of you, I've been strict on my possession. Du, hoffentlich bist du jetzt zufrieden. Deinemwegen habe ich meinen Posten verloren. I've been with the company for years. I had my own office. Now I'm ruined. Ich war jahrelang bei der Gesellschaft beschäftigt. Ich hatte mein eigenes Büro und jetzt bin ich ruiniert. Wenn du arbeitest, komm auf mein Schiff. What? You must be joking. You arranged for my dismissal from the company. Then offer me work as a... Deckhand. Was? Das soll wohl ein Witz sein. Dann erst sorgst du für meine Entlassung aus der Gesellschaft. Dann bietest du mir einen Posten als Patrose an. Genau. Ich sei verfluchtwächter, aber ich nehme an. Ich packe meine Sachen zusammen. Luca blitzelt und wirkt ein wenig verwirrt. Ja. Wir haben jetzt unseren Bootsmann. Ich so verwechseln mit dem Steuermann. Jetzt fehlt noch unser letzter Kanonier und wir sind vollzählig. Also die Mannschaft. Weil die freie, die rastende Besatzung brauchen wir ja nicht unbedingt. Wäre vielleicht nicht schlecht, einen Ersatzkanonier oder so zu haben, aber nö. Zu viel Micro Management. Gut, damit haben wir mal das geschafft. Wobei ich die Problemblieleную thing控 punched, in der Woo-Werin dann Mire vorstuh已經 passte Gemälde in der Zoom. Und助 hab ich nicht Village. Bis dann? Bis dann? Untertitelung des ZDF, 2020